Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um Krypto-Arctos. Ihr seht nebenbei schon Gameplay, wie der ganze Kampf abläuft. Ich werde euch ein paar Sachen zu ihm sagen, währenddessen der Kampf hier nebenbei läuft. Also erstmal ein paar Sachen. Krypto-Arctos ist jetzt im Juni jedes Wochenende anzutreffen, jetzt ab dem 10. Ganz wichtig, ihr könnt keine Fernkampf-Raid-Pässe benutzen, oh mein Gott. Also es geht nur wirklich mit Vor-Ort-Raits, mit Leuten, die zusammen spielen. Das ist ganz wichtig. Von den Spielerzahlen, ich habe schon Dreiergruppen gesehen, die den schaffen. Eine krasse Zweiergruppe, die ich auf jeden Fall auch schon geschafft hatte, hatte ich gesehen im Video. So mehr Leute seid natürlich ein bisschen besser. Er selber ist Typ Flugeis und hat dementsprechend eine mal zwei Schwäche für Gestein. Und ihr seht auch hier schon in dem Video, am besten sind Gesteins-Pokémon. Da gibt es die unterschiedlichsten. Von Despotar über Terrakium, Aerodactyl, Rihornior, Romeidon und auch Brokkolos. Diese alle sind sehr gut gegen das Krypto-Arctos. Also alles, was im Prinzip eigentlich gesteinen kann. Habt ihr keinen dieser Angreifer, gehen natürlich auch andere Gesteins-Pokémon. Wie gesagt, so mehr Leute ihr seid, so leichter wird er natürlich. Muss man dazu sagen, also wenn ihr eine Gruppe mit zehn Leuten zum Beispiel seid, werdet ihr wahrscheinlich nicht unbedingt nur gemäxte Pokémon benutzen. Man kennt es ja, so mehr Leute, so leichter, so weniger Leute, so schwerer wird das Ganze. Aber das ist ja vollkommen normal. Nebenbei ist Wetterboosted, wenn es schneit. Das wird es bei den aktuellen Temperaturen wahrscheinlich nicht. Und Wind, aber Wind ist möglich. Also bei Wind könnt ihr ein Wetterboosted-Grypto-Arctos treffen. Für die, die wissen wollen, wann man ein Hunderter bekommt und sich beim Fangen schon freuen können. Bei einem normalen ist es 1.743 und bei einem Wetterboosted 2.179. Habt ihr einen dieser Werte, freut euch auf jeden Fall. Ist richtig nice, habt ein Hunderter Glückwunsch. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr ein Krypto-Arctos bekommen habt. Ihr seht zum Beispiel hier, ist es im Endeffekt eigentlich relativ entspannt zu Ende gegangen. Wie lange hat das hier gedauert? Zwei Minuten, dann war das Krypto-Arctos schon down. Und ja, also ging auf jeden Fall. So, was gibt es noch zu sagen? Eigentlich in dem Fall gar nicht mehr so viel. Das ist eigentlich, wir haben alles durch. Die Schwächen, wie gesagt, Gestein. Es geht aber auch Elektrofeuer und Stahl. Aber Gestein ist einfach auf mal zwei und alle anderen halt nur auf mal eins. Deswegen nimmt er am besten, wie gesagt, Gestein. Flugeis ist sein Typ. Genau, er hat auch Flug- und Eisattacken, auch nebenbei. Und er könnte Antikkraft haben. Aber das macht euch ja bei Gestein auch nichts aus, wenn er das hat. Und ja, sonst gibt es eigentlich zu Krypto-Arctos nichts zu sagen. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr Krypto-Arctos findet. Ob ihr sagt, hey, fand ich ganz geil. Habt, weil ich eins bekommen. Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Und ja, dann sage ich vielen, vielen Dank. Euch noch einen schönen Tag. Lasst gerne ein Abo, lasst ein Like da. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was für Videos ihr noch gerne zu Pokémon Go sehen wollt. Dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Und ciao.